Toxic FM präsentiert Das Open Air Herisau 2009 vom 12. bis 14. Juni Rock, Funk, Elektro, Hip-Hop und mehr im Appenzellerland Mit dabei Grandmothers Funk, featuring A-Kill, the MC for Jurassic 5 Bubble Beats, The Shell und Lyricas Ananas GK, Bad News Entertainment, Panama Rhythm Section, Drops und viel mehr Alle Bands und Infos auf openair-herisau.ch Tickets gibt's auf ticketportal.ch Das 5. Open Air Herisau vom 12. bis 14. Juni